Mein Name ist Roman Kriesbeck vom Autohaus Kriesbeck in Straubing. Die meisten kennen uns wahrscheinlich als Suzuki Vertragspartner und jetzt haben wir ganz was Neues und zwar haben wir die DREAMS Elektroroller. Da gibt es drei verschiedene 50er, 80er und 90er. Die 50er sind eigentlich der klassische Vespa-Style, wenn ich es jetzt mal so nennen, genau. Und der 90er ist ein klassischer, moderner Roller, wie man es so kennt. Ich habe immer schon eine kleine Leidenschaft gehabt zu Vespa-Rollern. Da steht ein Alte, die gehört auch mir. Die habe ich vor zehn Jahren in München erworben von einem Arzt und der hat gesagt, die geht nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, die gefunden ist zu fressen. Die kaufe ich mir und kaum mehr bis daheim kommt, ist das Ding natürlich wieder gegangen. Das war, das Ganze war vor zehn Jahren und vor, wo waren das im August letzten Jahres, kommt ein Vertreter rein von der Marke DREAMS, noch nie gehört und stellt mir Elektroroller vor und dachte mir, was will ich mit Elektrorollern und zeigt mir diese und denkt mir, Mensch, die haben eine Ähnlichkeit mit Vespa und dachte mir, irgendwie ist das. Und dann auch noch elektrisch. Was mir wahnsinnig gut gefällt, eigentlich auch dann der Link von dem alten Retroroller auf das neue Wirtschaftliche. Das macht mir selber Spaß und wie damals ich die Produkte gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das muss ich nehmen, weil der Link von alt auf neu super passt. Ich bin früher leidenschaftlicher Motorradfahrer gewesen und dann kamen die Kinder und dann habe ich mein Motorrad verkauft, aber das Zweirad hat mich nie losgelassen und deswegen der Roller und deswegen muss das auch so ein cooler Roller sein. Der Roller habe ich mir immer gedacht, ist vielleicht ein bisschen langweilig im Vergleich zum Motorrad, weil ich bin natürlich dann schon das Tempo gewöhnt gewesen, aber ich muss sagen, der Roller ist eigentlich noch viel cooler. Der hat unglaubliche Beschleunigung an der Ampel, da lasse ich jedes Auto stehen und er ist einfach pure Lebenslust.